Wir sind hier gerade in Bremen, es ist jetzt 4 Uhr und wir putzen uns jetzt die Zähne. Boah, das tropft da runter, mach den Scheiß. Vor allem auf meine Sacken, ey. Ich hab eine ganz überlegte Zunge. Wollt ihr mal sehen? Boah, Alter. Ichs ganz weiß, gell? Gut, ich hab grad... Komisch. Wollst du jetzt nochmal kacken gehen, oder nicht? Wieso krampfe ich irgendeinen coolen Sputdinger? Bloß mal Kacken willst du benutzen? Ja, klar. Funktioniert das nicht, ey. Das riecht auch so ein bisschen nach Kacken, obwohl keiner ist. Wieso nicht? Mir fehlt gerade auch nichts dahin. In the clubs, in the streets.